Hallo und herzlich willkommen, ich bin Susanne von JustiTF und ich bin Kira von JustiTF und wir sind zurück mit dem zweiten Teil unserer Portfolio Review. Ihr habt uns ja eure Portfolios zugesendet und wir schauen uns heute die restlichen Portfolios an. Wenn ihr Teil 1 verpasst habt, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da verlinken wir euch den ersten Teil. Ja, vielen Dank nochmal an alle, die uns Portfolios zugesendet haben. Vielen Dank für euer Vertrauen, dass wir eben in eure Depots reinschauen dürfen. Trotzdem noch der Disclaimer vorab, das ist natürlich keine Anlageberatung. Kira und ich schauen uns das an, wir gucken, ob uns irgendwie was auffällt, irgendwie was Bestimmtes ins Auge fällt, geben euch Anregungen und Inspiration, aber am Ende müsst ihr natürlich trotzdem noch entscheiden, was ihr damit anstellt. Das ist natürlich, wir kennen nur diesen Ausschnitt, teilweise habt ihr uns ein paar Infos dazu gegeben, teilweise nicht. Und da können wir natürlich nur so ein Stück weit von außen drauf gucken und eben auch unsere eigene Meinung, Position zu sagen. Und die Entscheidung, was ihr damit macht, liegt am Ende natürlich immer noch bei euch. Also, das nächste Depot ist ein Nachhaltigkeitsportfolio. Es ist ein schönes, einfaches Depot mit nur drei ETFs drin, die eben alle nach Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt sind. Einmal ein MSCI World SRI mit 53,6 Prozent, ein MSCI EM, der war glaube ich aber auch SRI, das habe ich nur vergessen hier aufzuschreiben, mit knapp 27 Prozent und ein MSCI Europe SRI mit 19,5 Prozent. Und da war so eine Frage unter anderem, ja, ob da die Diversifikation passend ist zum Beispiel. Und ich würde sagen, es ist eigentlich grundsätzlich eine gute Diversifikation. Gerade bei so einem Portfolio mit eigentlich wenig Positionen ist das sehr viel einfacher zu bestimmen, weil man da potenziell einfach nicht so viele Überschneidungen hat. Also, klar habe ich mit einem MSCI Europe tendenziell Überschneidungen mit einem MSCI World, aber das ist einfach sehr viel einfacher, das da auszuloten. Also, ich würde sagen, was die Diversifikation angeht, ist das vollkommen in Ordnung. Der, übrigens der US-Anteil, ist das ja häufig so ein Thema, ist im MSCI World SRI ein bisschen kleiner als im normalen MSCI World, in Anführungszeichen. Wenn wir uns das jetzt alles mal so ein bisschen in die Tiefe anschauen, Thema Diversifikation, habe ich oft bei diesen SRI oder ESG ETFs das so, dass da die einzelnen Titel eine etwas höhere Gewichtung haben. Und das kann man schön sehen, wenn man die Top Ten vergleicht. Beim MSCI World SRI sind die Top Ten gewichtet mit 27 oder haben einen Anteil von 27,8 Prozent insgesamt. Beim normalen MSCI World sind es etwas weniger mit 21,4 Prozent. Und so ähnlich ist das eben auch bei den anderen ETFs, die jetzt hier drin vertreten sind. Also, ganz oft ist es so, dass zwar so die Länderanteile ein bisschen anders sind, ein bisschen breiter, ein bisschen kleiner, einfach die einzelnen Spitzen, aber so die einzelnen Unternehmen dann tatsächlich etwas höher gewichtet sein können. In dem Fall war es übrigens tatsächlich auch ein MSCI World, der capped ist, also wo maximal 5 Prozent das größte Unternehmengewicht haben kann. Das grenzt das so ein bisschen, fängt das so ein bisschen ab, dass eben so die einzelnen Titel unter Umständen eine höhere Gewichtung haben. Also, den US-Anteil zu reduzieren, das war auch tatsächlich das Ziel, dass, indem man einerseits erreicht man das eben tatsächlich schon alleine damit mit den Nachhaltigkeitskriterien, aber natürlich auch damit ganz klar, dass man eben den Europe- und den Emerging-Markets-Anteil noch mit da reinnimmt. Gleichzeitig ist das das Portfolio, was, glaube ich, von allen, die wir bekommen haben, den höchsten Anteil an Emerging-Markets hat, mit aktuell 27 Prozent. Und die Sparrate ist 30 Prozent. Einerseits ist da so das Divergiert ein Stück weit. Ich habe da einen gewissen Unterschied. Das ist natürlich so die Frage, ist das jetzt beabsichtigt? Versucht man den Emerging-Markets-Anteil noch zu erhöhen, indem man diese höhere Sparrate ausgewählt hat? Oder war das unbeabsichtigt? Grundsätzlich geht es so in Richtung, ja, vom Anteil vom BIP. Das wäre natürlich noch deutlich höher, der Emerging-Markets-Anteil, eher so 40 Prozent. Da war auch tatsächlich die Frage des Users, ob, ja, wie das zu sehen ist mit den Emerging-Markets, ja, hinsichtlich Underperformance. Das war natürlich so in den letzten Jahren so, dass die Emerging-Markets tendenziell schlechter gelaufen sind. Das kann man jetzt von zwei Seiten betrachten, dass die nicht so gut gelaufen sind. Auf der einen Seite ist es natürlich performance-mäßig ein Nachteil. Auf der anderen Seite kann man es aber auch positiv sehen und sagen, ja, dann kann ich billig nachkaufen, wenn ich tatsächlich davon überzeugt bin, dass die ein wichtiger Anteil in meinem Portfolio sein sollten. Das ist wirklich sehr schwer zu sagen bei solchen Sachen, was jetzt richtig oder falsch ist. Das kann man letzten Endes nur im Nachhinein betrachten. Im Augenblick läuft S&P-File-Funded super. Wenn man da in den letzten Jahren einfach nur in US-ATFs gegangen wäre, wäre man da performance-mäßig natürlich im Vorteil gewesen. Aber aus Diversifikationsgesichtspunkten ist es jetzt nicht so ganz optimal, mal alleine auf den S&P-File-Funded zu setzen, weil es kann ja auch mal anders laufen. Das weiß man halt vorher nicht. Deswegen würde ich da in dem Fall sagen, wenn du kein gutes Gefühl damit hast, kann man den ja auch ein Stück weit reduzieren, zum Beispiel auf ein Verhältnis von 80-20 Prozent. Wie siehst du das, KIA? Ja, da fällt mir ein bisschen der Denkfehler oder der Handlungsfehler, der auf den Namen Recency Bias hört, ein. Also das habe ich das Gefühl, das ist sehr verbreitet aktuell, so nach dem Motto Emerging Markets, ein länderpolitisches Risiko. Das ist alles unschön. Stimmt, ist aber ja auch, sagen wir mal, Teil der Emerging Markets. Das ist ganz klar. Man hat halt einen Political Risk Faktor, der langfristig sich auszahlen sollte. Aber eben auch mal 10, vielleicht 15 Jahre underperformen kann, so wie es passiert ist. Was natürlich man auch nicht ganz vergessen darf, vor der Finanzkrise sind Emerging Markets deutlich besser gelaufen als USA zum Beispiel. Kaum vorstellbar heute, aber die Zeiten gab es auch. Und ja, dann ist natürlich die Frage. Die einen sagen, ja, aber this time is different. Also diesmal ist alles anders. Diesmal wird die USA einfach weiter outperformen. Und die Nächsten sagen, ja, aber bei den Bewertungen kann das gar nicht gut gehen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich bin ein Freund davon, breit zu diversifizieren. Und ich neige auch dazu, Bewertungsaufschläge werden sich irgendwann früher oder später auch mal wieder verringern. Und es ist einfach so, die Bewertung, wenn du dir den globalen Aktienmarkt anschaust, ist in den USA sehr hoch, vor allen Dingen im Tech-Sektor in den USA sehr hoch. Aber sonst auf der Welt eigentlich nicht so besonders hoch. Und speziell die Schwellenländer sind sehr, sehr günstig. Aus gutem Grund, die werden nicht morgen so bewertet werden wie USA oder US-Aktien oder S&P 500. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass das dann auch früher oder später auch mal wieder in die andere Richtung geht und nicht für ewig so weitergeht. Von daher bin ich auch ein Freund davon oder eher kein Freund davon, Schwellenländer ganz rauszulassen und finde eigentlich das Portfolio auch ganz, ganz gelungen. Ich habe mir auch eben mal angeschaut, was ich ja immer ein bisschen schwierig finde bei Nachhaltigkeits-ETFs, ist, dass in manchen Produkten ganze Sektoren rausgelassen werden. Das ist aber hier bei der SRI-Reihe nicht so. Hier findest du auch vielleicht einen kleineren Rahmen, aber du findest trotzdem noch Utilities, also Versorger oder Energiekonzerne oder sowas. Und ich bin ja auch da wieder ein Freund von Diversifikation und bin der Meinung, ganze Branchen rauslassen ist auch keine gute Idee. Und deswegen aus der Sicht finde ich es eigentlich ein ganz gelungenes, einfaches, schönes Nachhaltigkeitsportfolio. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Portfolio. Und er hat ungefähr Hälfte, Hälfte, die eine Hälfte ETFs und die andere Hälfte Einzelaktien. In den ETFs einen großen MSR-World-Anteil, der insgesamt 24% des Portfolios ausmacht. Dann noch S&P 500, da sind wir wieder. USA, sehr USA-afin habe ich das Gefühl, oder? Unsere Community. Und den Stocks Europe 600 mit 4% noch. Und dazu eben relativ viele Einzelaktien. Was auffällt, auch aus Europa und Nordamerika, also Allianz, Amazon, Apple, Berkshire, Hathaway, Deutsche Telekom, Linde, Mercedes, Münchner Rück und so weiter und so fort. Da sind viele Unternehmen also dabei, die ohnehin schon natürlich in einem MSR-World, in einem S&P 500 und in einem Stocks Europe oder in dem Fall Stocks Europe 600 drin stecken. Hat uns auch geschrieben, dass er nicht ganz so sicher ist bei den Einzelaktien. Das hat man aus der E-Mail herauslesen können. Erstmal muss man natürlich sagen, großen Respekt davor. Er hat gesagt, sie sind als Familie sehr gut aufgestellt finanziell, Eigenheim ist fast abbezahlt und da ist finanziell viel Spielraum, auch mal für solche Einzelaktien, Zocks. Also von daher in dem Sinne Haken dran. Aber was mir da halt natürlich auffällt ist, schau, dass du dir deine Gedanken machst, speziell zu den Einzelaktien. Und dann halt auch wirklich überlegst, warum kaufst du Aktie A oder B und nicht, dass du dann sozusagen in der Mail schon an dir selber zweifelst und an deinen Entscheidungen. Und was mir halt natürlich auch auffällt ist, dass du quasi Doppelung reinholst sozusagen. Also nicht nur der ETF in den Industrieländern oder die ETFs in den Industrieländern, sondern eben auch die Einzelaktien noch dazu. Also durchgerechnet, wenn ich mir anschaue, 13% Amazon im Portfolio ist schon ordentlich und dann noch 19% S&P 500 und dann noch 24% MS Herald. Also durchgerechnet ist das bestimmt über 15% Amazon alleine. Das ist schon, da muss man schon überzeugt sein von einem Unternehmen. Kann man so machen, überhaupt keine Frage. Mir wäre es ein bisschen zu viel tatsächlich. Also Einzelaktien, wenn ich jetzt Einzelaktien kaufen würde, würde ich die, also 3% pro Wert ist schon ein absoluter Maximalwert aus meiner Sicht. Aber das kann jeder Hand haben, wie er möchte. Ansonsten Schwellenländer und Asien fehlen ganz natürlich hier im Portfolio oder quasi ganz. Also MSL World ist ein bisschen Japan und ein bisschen entwickelter Asien-Pazifik-Raum dabei, aber nicht wirklich viel. Und Schwellenländer, wie gesagt, fehlen ganz. Wäre natürlich auch eine Idee, das mit reinzunehmen. Außer man sagt natürlich ganz gezielt, nee, damit will ich überhaupt nichts zu tun haben, wegen den bereits erwähnten Problemen in den Ländern. Ich musste die ganze Zeit an diese wunderschöne Animation von unserem Designer Andi denken, mit das magische an ETFs ist, dass du alle deine Lieblingsaktien mit nur einem Trade bekommst. Also ja, wie du schon sagst, vieles von dem, was da an Einzelaktien drin ist, weil die Unternehmen dem User gut gefallen haben oder weil er da selber einkauft, wie er geschrieben hat. Die hast du schon eigentlich in deinem Portfolio mitgekauft. Ist eben die Frage, ob man die dann noch größer gewichten möchte. Er hat auch geschrieben, dass er sich nicht traut zu verkaufen, weil er sich ja dann ärgern könnte unter Umständen, wenn das dann noch besser läuft. Das ist natürlich einfach so eine Sache, das kann man nie vorher wissen. Und es hängt auch immer ganz viel davon ab, ja, von dem Vergleichswert. Also ich kann wahrscheinlich immer irgendeine Phase finden, wo es super gewesen wäre, Aktie A oder B zu kaufen und zu halten, selbst wenn die irgendwie komplett abgestürzt ist. Aber das hat man ja immer in so einer Situation. Was vielleicht dabei hilft in der Situation, ist zu sagen, okay, ich schöpfe jetzt Gewinne ab, um meinen Sperrer-Pauschbetrag komplett auszunutzen. Also das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den halt wirklich immer komplett auszunutzen, diese 1000 Euro. In dem Fall ist es ja eine Familie, also sind es dann 2000 Euro plus unter Umständen, wenn man Depots noch für die Kinder angelegt hat, können die auch Freibeträge ausnutzen. Wenn man jetzt da zum Beispiel eben schaut, okay, ich habe Gewinne gemacht und dann kann ich sagen, okay, ich habe ein besseres Gefühl damit, dass ich die jetzt verkaufe, weil ich zusätzlich noch den Grund habe, ich schöpfe meinen Sperrer-Pauschbetrag zusätzlich aus, ist das vielleicht so ein kleiner Trick, ein psychologischer Trick, um es einfacher zu machen, wenn man eben tatsächlich Sachen oder Titel verkaufen möchte. Oder man kann das auch anders noch handhaben, indem man einfach sagt, na gut, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, Amazon, wie lang ist die Position schon im Portfolio? Ist die jetzt so groß, weil da so viele Kursgewinne draufstehen? Und dann kann man das ja verbinden und sagen, okay, ich habe 1000 Euro in Amazon investiert, die ist jetzt 2500 Euro wert, also über 100% gemacht. Ja, dann nimm doch deinen Einsatz raus, 1000 Euro und dann kannst du sozusagen es mental wegbuchen und sagen, okay, ich habe kein eigenes Geld mehr drin und den Rest, den lasse ich halt laufen. Ja, auch eine Möglichkeit, wenn sich zum Beispiel so eine Position mal verdoppelt hat. Das passiert von Zeit zu Zeit mal, wenn man Einzelaktien kauft. Aber ja, das ist halt auch die Kehrseite an Einzelaktien. Man ist dann halt sehr emotional zum Teil dabei und handelt dann wenig rational vielleicht in der einen oder anderen Situation. Aber gut, so ist es halt. Wir sind ja auch Menschen und keine Roboter, also von daher auch verständlich. Dazu noch ein guter Tipp von Lisa Osada, a.k.a. Aktiengram, die hat mit uns im vergangenen Jahr ein Interview gemacht und hat da zum Beispiel auch gesagt, im Zusammenhang mit Einzelaktien ist es auf jeden Fall gut, sich aufzuschreiben. Warum habe ich das gekauft? Ja, dann kannst du halt auch später, vielleicht ein Jahr oder zwei später, wenn du es eigentlich nicht mehr weißt, kannst du es dann vielleicht noch mal besser nachvollziehen und kannst es bewerten. Ja, ist das immer noch so? Entspricht das immer noch meiner Strategie? Und das ist dann einfach sehr viel, sehr viel besser, wenn ich mir das eben notiert habe, was so die Motivation ist mit diesen einzelnen Positionen. Genau, also Investment Case sozusagen aufschreiben. Und da habe ich das Gefühl gehabt, dass du das nicht gemacht hast, weil du dir schon beim Formulieren der E-Mail, also es kam so rüber, als ob du dir unsicher wärst über viele Einzelaktien. Und wenn man sich das aber einmal ganz klar aufschreibt, dann kann man das eigentlich relativ schnell auch bewerten, ein oder zwei Jahre danach und sagen, okay, hat sich das entwickelt, wie ich wollte und ist das immer noch das, was ich haben möchte oder eben nicht? Also ich denke auch, das ist ein guter Tipp, nochmal ein Investment Case zu jeder Position aufschreiben. Ja, das Portfolio ist sehr speziell und zwar sind da 80 Prozent eines US-Dollar Treasury Bond drin, der 20 Jahre plus Laufzeit hat und hedged ist, quasi das Währungsrisiko nochmal ausgeglichen wird. Dazu noch S&P 500, 10 Prozent und ein Stocks Global Select Dividend auch mit 10 Prozent. Der Treasury Bond war ein Einmalkauf, der Rest läuft über Sparplan. Also so einen hohen Anleihenanteil, das ist auf jeden Fall schon mal speziell. Ich glaube, also das ist das einzige Portfolio überhaupt, was wir hatten, glaube ich, mit Anleihen. Gleichzeitig, normalerweise sagt man ja oft so Anleihen eher so für risikoarmen Portfolioanteil, aber 20 Jahre plus Laufzeit wiederum, das ist eigentlich schon ein höheres Risiko. Thema Schuldendebatte, USA, die auch ständig Schwierigkeiten haben, ihre Haushalte zu beschließen. Okay, das hatten wir jetzt auch, aber sich Anleihen zu suchen mit so einer langen Laufzeit, das finde ich schon sehr speziell. Da würde mich sehr interessieren, was da der Hintergrund war, die zu kaufen. Und mit dem S&P 500 erhöht man natürlich nochmal den US-Anteil. Also der US-Anteil von dem Portfolio liegt bei 90 Prozent. Offensichtlich ein US-Fan, wenn man so etwas sagen möchte. Das sieht sehr danach aus. Finde ich auch interessant, das Portfolio. Ich bin nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Also ich bin ja eigentlich der Meinung, wenn man Bonds, also Anleihen mit reinnimmt, dann als Sicherheitsanker. Und das ist es ja in dem Fall eigentlich nicht, wegen Zinsänderungsrisiko, dann noch eine andere Währung. Klar, das ist jetzt gehedged, das Produkt, aber es ist trotzdem was anderes, als wenn du Euro-Anleihen kaufst oder Bundesanleihen kaufst. In eigener Währung, über kurze Laufzeiten. Das wäre so das Sicherste, was ginge. Deswegen, das würde mich mal interessieren, da ein paar mehr Infos dazu zu bekommen. Aber ansonsten auch auf der Aktienseite sehr viele USA. Ich meine, der Stocks Global Select Dividend ist sicherlich nicht überwiegend in den USA investiert. Da sind viele andere Nationen auch drin. Aber das ist ja auch nur 10% vom Portfolio. Interessantes Portfolio habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Das ist sehr, sehr spannend, was man sich dabei gedacht hat. Gut, kommen wir dann zum nächsten Unternehmen, sag ich schon, zum nächsten Portfolio. Und das ist wieder, würde ich sagen, Core Satellite, oder? Was meinst du, Susanne? Also, wir haben 58% FUZI All World, 10% Emerging Markets, IMI. Und dann haben wir ein bisschen Indien. AI und Big Data als thematischen ETF noch dabei. Und sogar einen aktiv gemanagten Allianz-Fonds, auch zum Thema AI, soweit ich das gesehen habe. Sowie einen Small Cap ETF. Also, sag ich mal, Core Satellite mit Themen-ETFs und auch aktiven Fonds. Eigentlich ganz interessant, ja. Ja, er hat geschrieben, das Ziel ist ein ultra-stabiles Weltaktiendepot. Ich finde es auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Wenn ich jetzt sage, so irgendwie, so zum Beispiel Tech ist ein Ding, kann man in so einem Core Satellite-Ansatz auf jeden Fall sehr gut unterbringen. Er hat geschrieben tatsächlich, dass der Allianz-Fonds, da hat er wohl Glück gehabt, da gab es keinen Ausgabeaufschlag. Ansonsten ultra-stabil. Naja, man kann ja sagen, MSCI Emerging Markets und FUZI All World. Und ja, das ist ja erstmal, sag ich mal, die ganze Welt mit ein bisschen Übergewicht von Schwellenländern. Plus Small Caps, dann hat man nochmal ein bisschen kleinere Unternehmen dabei. Also, ich würde sagen, durchgerechnet hat er tatsächlich Anteile an quasi allen gelisteten Unternehmen oder fast allen gelisteten Unternehmen, das stimmt. Plus ein bisschen thematischen Ausflügen hier und da, kann man sagen, Haken dran. Und er hat anscheinend auch unseren Investment-Guide zu Indien sich angeschaut und hat sich ein FUZI India ETF noch mit reingelegt. Ja, das ist ja seit kurzem ein Trend. Ist natürlich so die Frage, du hast gerade gesagt, mit einer gewissen Übergewichtung von Emerging Markets. Kann natürlich sein mit dem FUZI India und dem Emerging Markets. Aus Marktkapitalisierungssicht sicherlich. Aus BIP-Gewichtungssicht wiederum nicht. Das ist natürlich so ein bisschen eine Frage, welcher Philosophie da anfolgt. Also, sehr spannendes Depot auf jeden Fall. Zumindest was Diversifikation angeht, kann man sagen, Haken dran. Man hat quasi alles, was man so halbwegs investieren kann, hat man im Portfolio. Ob man dann die Themen-ETFs dabei haben muss, ist die Frage. Aber gut, es sind ja auch nur 10, beziehungsweise wenn man den Allianz-Fonds mit reinnimmt, dann 20 Prozent aus der Hinsicht oder in der Hinsicht würde vielleicht so ein Geldmarkt-ETF, für den Tagesgeld- oder Anleihenanteil, dem Portfolio noch ganz gut zu Gesicht stehen. Ich weiß aber nicht, wenn man natürlich langfristig denkt und sagt, okay, die Schwankungen, die halte ich aus, dann kann man das natürlich so machen. Auf jeden Fall. Also, über Eigenkapital oder Aktien wird man halt langfristig höhere Renditen einfahren. Ja, es ist ja auch die Frage, ob jetzt tatsächlich der risikoarme Anteil wirklich über Anleihen, das muss ja nicht über Anleihen erfolgen, das könnte theoretisch auch über ein Tagesgeldkonto erfolgen. Das nächste Portfolio ist auch wieder von einer Userin, die eine ähnliche Geschichte hat wie ein anderes Portfolio, was wir hier bekommen haben. Sie ist etwas über 50, war längere Zeit selbstständig und jetzt seit kurzem nach einer Weiterbildung angestellt tätig, hat eben wegen der Selbstständigkeit wenig gesetzliche Rente zu erwarten und investiert seit zwei Jahren in ETFs. Ein bisschen Problem war leider bei dem Portfolio, dass ich nicht alle Positionen erkennen konnte. Also, ich habe da einige Käufe gesehen aus Mai und dem April und einige große ETFs, die eben quasi mit enthalten waren, aber es war leider keine komplette Ausstellung, was in dem Portfolio enthalten war. Also, konnte es nicht sein, weil das, was ich zusammengerechnet habe, war nicht das, was sie geschrieben hat, was quasi der ganze Inhalt war. Aber ganz grob war eben drin ein MSCI World von BNP Paribas, dann nochmal einer von Invesco, dann ein Vanguard FTSE All World und dann ein MSCI World von Amundi. Dann war noch, ja, sind jetzt noch so einige dabei, teilweise Themen-ETFs, teilweise Einzelaktien, also zum Beispiel Jonas Group ist drin, ein bisschen Get-Commer-ETF, also Faktoren. Nike, Deutsche Post, Allianz, ein gewisser Anteil auch wieder Fuzzi India, Thema Trends, Indien ist ein Stück weit im Trend aktuell. Dann wiederum nochmal ein ETF iShares Global Water, ein Nachhaltigkeitsfonds von der DKB mit kleineren Anteilen und ein X-Trackers zum Thema Künstliche Intelligenz. Also, auch hier haben wir wieder mehrere ETFs, die quasi dem gleichen Index verfolgen, also den MSCI World, der ist eben dreimal vertreten. Wie gesagt, das kann man machen, aber da eben dieses ETF-Portfolio erst seit einer relativ kurzen Zeit besteht, ist das jetzt zumindest schon mal kein Use Case für, ich will das FIFO-Prinzip umgehen. Weil dadurch, dass die wahrscheinlich alle zu einer sehr ähnlichen Zeit gekauft wurden, habe ich da natürlich einen ähnlichen Wertzuwachs und letztlich, wie gesagt, ist es dann steuerlich, egal welchen von denen ich verkaufe. Normalerweise, wenn man eben das FIFO-Prinzip umgehen möchte, sagt man, nach ein paar Jahren bespart man eben anderen ETF auf den gleichen Index, was beim MSCI World ja problemlos möglich ist. Aber das ist eben hier dann nicht der Fall, weil wir sind ja alle zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger gekauft. Dann habe ich da natürlich auch nochmal die Überschneidung mit dem FUZI All World, einen kleinen Anteil dann eben dadurch die Schwellenländer mit drin, FUZI India, Indien eben noch ein bisschen mehr mit reingenommen. So diese Themen, ETFs und Einzelaktien, das kann man natürlich machen. Wenn man jetzt sagen würde, so diese ganzen MSCI World oder so wären nur ein MSCI World oder es wäre nur der FUZI All World, dann wäre das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Frage als so, wie ich jetzt drauf gucke auf dieses Depot. Weil so wirkt es wirklich sehr aufgesplittet. Jetzt ist natürlich so diese Sache, hier geht es ja um das Thema Altersvorsorge und Altersvorsorge 50 plus einsteigen, ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass man das jetzt eben angeht und sagt, okay, ich beschäftige mich damit, ich gucke, was ist denn eigentlich meine Rentenlücke, wie viel kann ich sparen, wie viel will ich sparen, um eben diese Lücke zu schließen und dann auch zu sagen, wie viel Rendite brauche ich denn eigentlich. Das ist dann natürlich immer so eine Frage, wie viel Risiko muss ich dann in der Situation eingehen. Je mehr Risiko ich eingehe, umso höher ist tendenziell auch die Chance auf eine höhere Rendite. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine Sache so, je mehr ich Zeit habe, je länger ich das quasi aussitzen kann, wenn mal gerade eine schlechte Phase ist, umso eher kann ich auch so ein hohes Risiko eingehen. Also in der Form wirkt das auch als ein relativ reiches, risikoreiches Portfolio. Ja, also ich muss erst mal sagen, aus meiner Sicht erst mal dickes Daumen hoch und Respekt davor, dass man sich auch, sag ich mal, mit Anfang 50 umorientiert auch beruflich. Ich glaube, das machen nicht so viele Menschen, es wird auch nicht nicht einfacher. Also wirklich großen Respekt davor erst mal und das Portfolio hat ja auch eine gewisse Größe, aber natürlich auch zwangsläufig diese Größe, weil wenn eben wenig Rentenansprüche erworben worden sind, dann muss es natürlich privat alles gedeckt werden. Aber ich würde sagen, insgesamt ist es erst mal von den Proportionen aus meiner Sicht erst mal gut aufgestellt. Du hast hier 60, 70 Prozent ETFs, wenn man mal die MSCI World und den FTSE All World zusammenrechnet, also global aufgestellt, breit diversifiziert. Susanne hat ja schon erwähnt, es ist immer die Frage, wie viel Risiko kann man eingehen? Wie hoch kann die Aktienquote sein? Natürlich brauchst du das Geld natürlich auch nicht zu 100 Prozent, wenn man dann in Rente geht, aber am besten nur gute Risiken einzugehen und da ist natürlich die Frage, was sind gute Risiken? Naja, da würde ich sagen, erst mal das Aktienrisiko, das kannst du nehmen, das Aktienmarktrisiko, aber Einzelwertrisiken würde ich persönlich an deiner Stelle in der Situation, wo man wirklich sich eigentlich keine Fehler erlauben darf und so viel wie möglich weg diversifizieren sollte, würde ich tatsächlich versuchen, auch weg zu diversifizieren. Also sprich, Ionos Group, kein Riesenunternehmen, also ein relativ großes deutsches Unternehmen, aber jetzt auch kein Weltmarktführer, das ist keine Microsoft oder so und auch eine Microsoft würde ich einzeln, glaube ich, nicht kaufen. Also da sind halt ein paar Einzelaktien, das sind sicherlich tolle Unternehmen mit Nike und Allianz und so weiter, Weltmarktführer. Aber überleg dir hier natürlich auch ganz genau, wie viel Spaß soll sozusagen die Geldanlage dann in dem Fall machen und wie viel kannst du auch vertragen dann zu verlieren. Also wenn jetzt mal im Worst Case ein Unternehmen Pleite macht oder mal sich halbiert, dann sind im Fall von Ionos halt 4% deines Portfolios weg und dann mal umrechnen, wie viel Geld hast du da investiert und was bedeutet das für dich. Und wenn du dann sagst, nee, das will ich eigentlich so nicht. Ich meine, der Aktienmarkt in Gänze kann auch mal 50% nachgeben, nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber trotzdem ist es eine andere Geschichte und hat eine andere Resilienz einfach, die du dann hast, wenn du breit diversifiziert aufgestellt bist, als wenn du einzelne Aktien hast. Von daher, da würde ich tatsächlich sagen, Spieltrieb versuchen, noch mal weiter zu verringern und, sag ich mal, diese Einzelaktien wirklich auf ein geringeres Maß zu bringen. Das wäre jetzt so meine Meinung dazu. Aber ansonsten erst mal insgesamt denke ich auf den richtigen Weg und das sieht schon ganz vernünftig aus. Ich weiß jetzt nicht, warum mehrere MSCI World ETFs und so weiter, aber das ist jetzt grundsätzlich auch nicht, kein Beinbruch, kann man sicherlich auch einfach mal so liegen lassen. Zum Thema Risiko, wie viel Risiko will ich eigentlich fahren oder sollte ich fahren? Noch zur Ergänzung, ein Aspekt, den man da ja auch betrachtet ist, ja, wie verteile ich ist, auf verschiedene Assetklassen. Hier haben wir jetzt auch wieder nur reines Aktienportfolio, keine Anleihen. Möglicherweise sind die auch anders mit drin oder zum Beispiel auch im Tagesgeldkonto, vielleicht auch Festgeld. Das ist natürlich so ein Aspekt, der noch eine Rolle spielen kann. Normalerweise gibt es da so eine Faustregel von Dr. Geldkommer zum Beispiel, der sagt, kann man so ungefähr rechnen 100 oder 110 minus Lebensalter. Das ergibt dann deine Aktienquote. Also mit 50 wären das so ungefähr 50-50 oder 60-50 Aktien versus Anleihen oder Tagesgeld zum Beispiel. Wie gesagt, ich kenne jetzt hier nicht irgendwie andere, mögliche andere Depots oder andere, ja, Verteilung der Assets auf ein anderes Tagesgeldkonto. Von daher, das ist natürlich auch ein Punkt, der das wiederum nochmal ausgleichen könnte, wenn man dann eben so viel, ein relativ hohes Risiko hat eben mit diesen Einzelaktien, die da noch mit drin stecken. Vielleicht noch eine Anmerkung. In so einer Situation ist es natürlich auch gut, wenn man dann eben auch die Entnahmephase schon mal ein Stück weit mitdenkt und überlegt, okay, was für eine Strategie habe ich da? Wie kann ich möglichst gut Steuern sparen? Und auf jeden Fall eben auch daran denken, okay, vielleicht kann ich meinen Anlagehorizont noch ein bisschen weiter erweitern. Also mit 53, je nachdem, wann ich eben in Rente gehen möchte, habe ich immerhin noch 10, 15 Jahre vielleicht, die ich auf jeden Fall so eine Ansparphase habe, wo ich nichts entnehme. Je länger das der Fall ist, umso besser natürlich. Aber trotzdem ist ja dann in dem Moment, wo ich dann anfange, sollte man das nicht so machen, dass man dann alles plötzlich liquidiert und alles rausnimmt und alles auf einen Schlag verkauft, weil das macht steuerlich natürlich nicht so viel Sinn und auch von dem Effekt, dass ich noch weiter eben natürlich anspare. Also wenn ich nur ein Teil entnehme, indem ich das zum Beispiel verkaufe, dann habe ich natürlich da eben den Vorteil, dass der Rest immer noch weiter anspart und weiter eben Gewinne generieren kann für mich. Also das sollte man auf jeden Fall auch im Auge haben. So mit 65 oder so ist es dann nicht urplötzlich vorbei und dann ist der Cut und dann geht gar nichts mehr, sondern danach kann man ja immer noch durchaus noch Gewinne erwirtschaften und realisieren. Ja und man umgeht vor allen Dingen die große Gefahr, dass wenn man zu Tag X 100 Prozent des Aktienportfolios liquidiert, dass man genau zu dieser Zeit in einen Crash läuft oder in eine deutliche Korrektur und dann 30 Prozent weniger für die Anteile bekommt. Und wenn man das Teil über Teilverkäufe regelt, dann kann man das natürlich ein bisschen besser aussetzen. Das geht auch nicht ewig, aber es geht zumindest phasenweise dann besser. Und das war's mit dem zweiten Teil unserer Portfolio Review von euren Portfolios. Hat Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ihr uns zugeschaut habt. Lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg beim Anliegen und bis zum nächsten Mal.